Puh! Dankeschön. Guck mal, kennst du den? Das ist Schuh Tu. Der muss in Fußstapfen treten. Damit Mahlzeit und willkommen zurück. Ich bin Baum und ich nehme jetzt letzte Gesänge auf und danach vielleicht noch ein bisschen Percussion. Ich komme mitsamt Jesus aus Köln gerade und ich habe an alles gedacht außer meiner 100 Meter Kopfhörerverlängerung. Deswegen ich die Vocals, die letzten jetzt blind einsinge. Keine Sorge, es ist nicht das erste, was hier blind aufgenommen wird. Das sollte eigentlich gehen. Also ich weiß, bei den Drums hat es funktioniert. Letztens. Und doch wusste ich seither nie weiter, die Baustelle blieb. Okay, ihr hört es, ich bin gern gesund. Das hatte ich immer. Das war jetzt noch zehnmal. Was Mist, die Wassermannsen wasen wälzen. Ganz bestimmt ist er lieb. Ich... reicht. Ah jo, genau. Das war das mit mich. Lalalalalalalal. Wir haben... Ich fühl mich... Ja, mal nochmal. Die Inbrunst gefehlt. Das hab ich... Das war kein... Sooo... Apropos Sch***technik. Staffel 1, ein für allemal. Findest du das nicht auch ziemlich surreal? Komma, Strich. Und noch einen. Weil sicher, sicher, sicher ist. Irgendwann später. Mahlzeit. Jutti, ich höre überhaupt nix. Ah, okay. War ja auch gemutet. Hab ich mich vermutet. Und doch wusste ich seither nie weiter, die Baustelle blieb. Oha, Staffel 1. Das muss heute fertig werden. Für einen rechtzeitigen Release als Single-B-Seite. Da hab ich mich zu entschieden, weil die Rente noch aufzunehmen ist, krieg ich nicht mehr hin. Gib mir deinen Namen, ich... Ah, warte mal. Ihr seht das alles noch gar nicht. Deswegen starte ich OBS in 3, 2... Gib mir deinen Namen, ich mag keine Fremden. Das Projekt ist so voll, dass, wenn ich hier auf Aufnahme drücke, er mich loslegt, sondern ich dann nochmal auf Wiedergabe drücken muss. Das war hoffentlich richtiges Deutsch. Ich weiß gar nicht. Gib mir deinen Namen. So die Tidy-Auto-Tunes, die entführe ich mir mal an die Stelle, wo wir gerade aufnehmen, damit ich die übereinander habe, weil ich mit dieser Maus kann ich nicht mehr... Also ich kann hoch und runter scrollen, aber manchmal vertauscht er die Richtung, weil er das nicht mehr auseinanderhalten kann so ganz. Ich bräuchte eine neue, aber da hab ich kein Geld für. Unterwirkung steckt vorbei. Nach Glück haben wir nicht mal keine Fremden. So, sind die alle auf dem gleichen Ton? Ah, nee. Nicht alle. Fast alle. Wenn du das schwach findest, willst du nicht wissen, was da vorher war. So, was ploppt da jetzt? Okay, das hat... An der Stelle wollte ich nochmal basteln. Was kommt dann noch auf der Spur? Das ist, glaube ich, gemutet da. Na ja, das gemutet. Dann haben wir da ja eigentlich nach dem Frapp. Verstärkung ist immer ganz unten. Frequenz kann man meinetwegen so simpel halten. Es ist dann halt nur wichtig, wie viel und wie bald. Das ist auf jeden Fall besser als vorher. So, jetzt nochmal eine halbe Stunde warten, bis das Programm wieder reagiert, weil das Projekt so monströs ist, dass hier tausend Sachen rumfliegen auf 79 Spuren. Alter Film. Ja, so, dann singen wir mal weiter. Jetzt kommt die Elendismar... äh, heute... Du hast da was im Haar, ist das Kunst? Ist Kunst, ich bin leer. Und sehr... Müsste es sein an der Stelle. Ich geh mal zur zweiten. So ein Hippie, ich bin eigentlich ein Star. Geht nur bis dahin, weil das Star, das Autotune-Gewurscheln möchte ich nicht nochmal machen. Ja, ich bin ein Traum. Papa Pippi, ich... Okay, es geht ja nur um das Traum. Ich bin ein Traum. Ich hab da sogar schon einen von letzter Woche. Ich bin ein Traum, der dümpelt hier unten. Ne, das ist surreal. Hier steht A-M-K. Damit ist keine Band gemeint. Bin mir auch nicht sicher, ob er hier gerade alle Synthies findet. Oder Synthies, Samples findet. Da, dieser, so, Statement-Crash. Ohne dich hätte ich das alles nie ge... Das war die eine Zeit, die ich anders machen wollte. Doch wenn es sein muss, stell sie einfach raus. Sie muss raus, sie muss raus, sie muss... Wenn die nur wollen, können die nicht gönnen, dann... Keine Ahnung, was hier für ein Effekt ist, weil hier der Monitor kaputt ist. Ah, die Neuse, okay. Läuft so weit. Das ist gut, dann sind wir nämlich mit dem Gesang fertig. I am the greatest. 20 Minuten später. So, auffassen, dass ich nichts anbutsche. Da ist Mikey sehr fettig, das ist Mikey's Agitarren. Typisch grün, also nehmen wir grün. So sehen Agitarren halt aus, ne? Ganz liebe Hübken mal. Der, der, der die an der Welt, der, 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 der… Oh, 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 oh. Schon krass. Ähhhhh, gehen wir mal ein paar Lied. Oh ja, das Gute ist, wir machen ihn nur halb so laut hinterher. Also jetzt. Dann kommst du mir so, ey, dann bin ich gerade auf der Zielgrabe und dann kommst du mir so. Danke, Mikey. Danke, Marcel, auch für die Box. Ich hab nicht gefragt. Und tschüss. Sehr, sehr, sehr viel später. Okay, also er ist eh über jeden Zweifel erhaben. Bei ihm hat soweit alles geklappt. Ich guck da nur, ob ich da noch was schicker schneiden kann. Hier tauch ich gleich auf und da guck ich, was ich verpackt hab, damit ich das noch übe bis übermorgen. Und dann mit dir nach Gütersloh. Da will ich sein, in dem Programm, was ich gerade geschlossen habe, weil ich dumm bin. Ihr Sohn ist, ihr Sohn ist gegangen. Puh, schau. Dann machen wir das so und dann machen wir das so und dann machen wir das so und dann... Wir haben Schnellscheren. Okay, das war nix. Hier ist noch gar nicht das, was im Bild währenddessen passieren sollte. Das ist dann wahrscheinlich... Ja, minus 3500 Prozent. Klingt doch erbaulich. Erbaumlich sozusagen. Das ist echt erbaumlich. Zieht der ganze Tag im Negativ wieder zurück. Wir müssen wieder zurück, hey. Drehen wir die Zeit zurück. Da werde ich halt ein bisschen schneller. Ah, merkt kein Mensch. Eigentlich sieht das recht solide aus, ne? Wir können das hier noch zu so einem Bezieher machen. Das ist von Control geklaut, einem Spiel, was ich sehr gerne geguckt habe bei Gronkh. Ah, weißt du was? Das lassen wir ganz sein. Das machen wir nämlich so sehr. Das passiert jetzt immer öfter. Ah, so eine Blutsuppe einfach. Aber wenn man sie in Himmelfarben färbt, ist sie nur noch halb so schlimm. Größer, weiter nach oben. Und dann haben wir da so ein Effekte-Cocktail angerührt. Wieder ein Stieg. Da. Okay. Die Vortigauns verstecken sich in Delsiaf's Well. Ist ein Song. Da. Hat schon Potenzial. Ach, nur komm halt. Wir haben ein Viertel Qualität. Media Pending. Okay. Das ist noch nicht alles verloren. Steht am Wuppertaler Hauptbahnhof. Deswegen nenne ich das auch mal Drummer Final. 0-1. Während das jetzt läuft, gibt es eine andere große Baustelle noch. Meine To-Do ist neu. Für das Album danach. Namens das Album danach. Was übermorgen auf den Weg gebracht werden muss. Das habe ich schon gemacht. Genauso wie ein, zwei Sachen in Heiter bis Wolke. Ich bin nochmal über Thaddeus gegangen. Thaddeus ist der neue Synthi da im Dance-Part. So, bei Papa hat gesagt, der Vocal-Einstieg, der ist wieder verfiltert. Hat man öfter mal, wenn man ihr in dem topmodernen Cubase 5.1 den Dinoiser bemüht, den Intrigierten. Ah, die Dinoiser, okay. Papa hat gesagt. Opa hat gesagt. Dass hier am Anfang noch nicht ganz aufgedreht ist. Ja, los. Papa hat gesagt. Ich glaube, daran liegt es eher. Ist doch alles für ein Papa. Ja. Ist doch alles für ein... Meine Krawatte ist böse und sie wird mich töten. So, da ist er. So, dann können wir jetzt in Stereo warten. Gut, das so in Schisser. Genau, die letzte Hook noch mit... Und vor dem ganz persönlichen, alltäglichen Tatergang. Ja, gefällt mir gut. Schisser will ich speichern, jawohl. Das habe ich auch schon gemacht, klammheimlich. Als allererstes heute Morgen um ein Viertel noch. Gehen wir mal in Staffel 1. Machen wir das heute der Reihe nach. Äh, das ist ein Lied, was schon unfertig auf Spotify und überall steht. Reverse Crash vor Scar Strophe 1. Haben wir hier... Scherrxavir. Glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Weiß aber, wo wir welche haben. Dass er da endet. So. Ja. Dann aber leiser und nicht so lang. Hier eine neue Spur. Crash. Ja, das ist relativ freaky. Finde ich auch nicht schlecht. Habe ich hier letztes Mal was gebaut. Darum erlebt man. Irgendwas only. Echovox genau. Die hier können weg. Zum Glück haben wir in der Vocal-Gruppe noch ein bisschen Platz frei. Ein Gaslight Anthem Tribut Delay. Mensch, ich glaube kaum. Denn ich troppe nie hineins. Ich bin zu selten nicht fern. Ich bin ein. Tensuren. So. Keine. Im zenten Part mehr nehmen. Und liegen lassen. Ja. Können wir uns nicht übertreiben? Wie ist das so? Ach, schon. So. Und liegen lassen. Das kann man machen, glaube ich. So. Oh, ein Clint Easter Egg. Alles klein geschrieben, weil ich das damals irgendwie mochte. Es ist immer wichtig, eine übersichtliche Arbeitsoberfläche zu haben. Hier hin, ne? Das ist ja sogar fast das Tempo. Jetzt hier noch so marginal. Äh, ein bisschen nicht ganz so marginal nach vorne. Boah. Die zensierte Strophe mit so ein bisschen rumgeprökel und dann führt es in den zweiten Bitch-Teil und dann kommt wieder dieser Chiller-Teil. Und immer wenn es hier, glaube ich, in den Chiller-Teil, das ist schon zu spät. Zu spät. Ja, auf jeden Fall, immer wenn das hier in diesen Part reingeht, hab ich da so ein Backing-Gesang im, äh, hier, singe ich das Wort Baum. Und die alle mal mitnehmen, da sind mit Sicherheit noch zig Versionen drun. Na, am besten hier mal in diese Backs. Ich glaube, das scheitert allein schon daran, dass ich Baum sage, nicht Baum sage. Hä, aber das ist doch keine Sechzehntel. So, ach. Guten Morgen. Alles ist ein großes Haus. Das führt zu nichts. Ich trau mich jetzt mal was. Alles ist ein großes Haus. Ah, Eingang nicht verbunden. Nur mein Bereich ist klein. So, und das jetzt nur. Ich führe nicht viel aus. Ich nehm meine Saiten nur viel einig. Und dann pitchen wir das wieder runter. Dann klingt das auch schön gekünstelt. Ich führe nicht viel aus. Ich nehm meine Saiten nur viel einig. Okay, muss ich mich verstehen. Ich bin sehr poetisch, theoretisch. Poetisch, theoretisch. 20 Minuten noch. Dann läuft es auch wieder flüssig. Mit Glück sind wir bis dahin dann da durch. Das machen wir noch schick eben. Wir können jetzt erstmal in Gruppe 9 laufen. So, und dann läuft Gruppe 9 in die Bags. Gruppen sind bei mir immer weiß. Damit ich. Okay, jetzt habe ich aber nur einmal hier diese Pöchse mitgenommen. Machen wir den mit hier hin. Machen wir den noch mit da. Okay, hat man gar nicht. Das ist aber auch gelöst. Ein Envelope. Ach, jetzt schrofft er sich wieder einen ab. Auch das noch. Okay, dann schließen wir, speichern wir, was wir gemacht haben. Dann öffnen wir es gleich wieder, wenn wir es geschlossen haben. Dann sollte es hoffentlich wieder laufen. Das ist ja nichts Neues. Ich gebe nicht viel auf. Ich gebe nicht viel aus. Bin mehr Poet. 5, 5, 4, Finals. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Und das erst recht nicht. Und das erst. Reicht nicht. Drehdrück. Ein Song. Da ist mir eine Nuance aufgefallen. Ungeachtet dessen, dass die Vocals immer leiser werden. Alle sehen besser aus. Alle sehen besser aus. Die falsche Stock werden es aus. Okay, das ist doch. Später. Okay, das war das. Album Mix 5. Flinyl 5, um genau zu sein. Missverständnis hatte ich schon. Für mein Empfinden war das ein bisschen, ein bisschen laut. Ein bisschen vor die Wand gefahren. Aber wir machen erstmal Delsi aufs Well. Das geht ja auch schnell. Well. Die sagt mir nix. Deswegen, ja. 95 Prozent der Leute werden das eh nicht merken, dass das überhaupt gleich exportiert. Zum Glück ist das ein Projekt, in dem nicht so viel geht. Dann würde ich sagen, hören wir hier nochmal in Missverständnis rein. Der ist von... Hoff ich hab dir mehr geholfen als geschadet. Das ist schon hart komprimiert. Okay. Es wird natürlich zwangsläufig dadurch ein bisschen grainy, dass ich hier so ein bisschen zeitlich manipuliert habe und bei den Vocals ein bisschen... Auch neben dem Biss gehört auch so ein bisschen... ...tun mir so leid. Weißt du was? Das machen wir anders. Das machen wir nicht hier. Das machen wir in dem Instrument selber. Und ich hab dir mehr geholfen als geschadet. Auch wenn ich öfters unfair war. Hoff ich hab dir mehr geholfen als geschadet. Das halt auch in jedem Song. Wenn ich jetzt hingehe und sage, er als einziger Song soll gar nicht gemaximist sein. Das ist ein bisschen komisch. Sternchen, Finde, Sternchen. So, dann reicht's aber auch. Ach nee, da muss ich ja noch zur Gitarre greifen. Also muss ich auch. Müssen ist relativ. Das Müssen ist immer bestimmt vom Wollen. Toastbrot und Pizza. Und das... Ah, warte mal. Das ist das Ende vom Diesel-Lied-Solo. Bisschen und Diesel. Na klar. Okay, zwölfter Bund. Kriege ich gerade noch so. Aber das muss ich im Stehen üben. Und das alles auch nicht jetzt. Könnten wir mal den direkten Vergleich anstellen? Hö, soll ich jetzt... Gut. Virenfrei. Sehr gut. Er tut sich einfach nicht viel. Hier, so eine Ausschläge sind ein bisschen... Oder Einschläge. Muss man ja fast schon sagen. So eine Abfälle hier. Ach nee, das ist die... Das ist die neue... Ja. Aber Musik muss ja nicht schön aussehen. Ich mag nicht mehr. Werde ich davon noch eine CD brennen, die man nach wie vor gewinnen kann, wenn man auf Facebook... Habe ich ein Bilderrätsel gemacht und wäre da die richtige Antwort. Aber da hat noch keiner geantwortet. Deswegen, wenn bis übermorgen keiner antwortet, dann werde ich das erste Exemplar einfach als Early Access versteigern. Welch knallhart versteigern. Weil, was willst du machen? Ausbeutung beginnt in den Ober... in den Oberen. Ich sage Tschüss, bevor ich hier entmute. Sonst sage ich Tschüss, Tschüss. Yes, yes. Take him away! Macht Idiot. Aber ned it so off. Wisst er ja. Wisst er ja. Ha. Ha. I. 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 Ah, lecker. Mit Husten elixieren. Kennst du ja Elixier, das ist so eine Haushaltshilfe, so eine elektronische. Aber weißt du was, ich nenn's einfach so, wie es ist. Deadline Day. Weil damit kannst du nix falsch machen. Ich hab ja immer so ein bisschen Sorge, dass ich hier Sachen falsch mache und die mich dann einfach Insta-bannen. Ich bin bei weitem nicht allein, ich droppe nie Lines. Komm, meinetwegen, äh, so. Ihr seht meine Taskleiste nicht. Das hat Gründe. Also jetzt gerade nicht, aber möglicherweise. Mal. So, ja. So, ja. Gut, jetzt hab ich alle Projekte wieder zugemacht und dann mach ich gleich alle Projekte wieder auf, um nachzuhören. Aber das kann ich nur da machen, weil ich hab ja keine Verlängerung für diese. Weil ich dumm bin. Das ist ein Problem, das hatte ich schon länger auch vor meinem Unfall hier. Ein paar Oßen später. Boah, weißt du was, ich nehm das nochmal neu auf, jeden Fall liebt. Weil einfach die Beschaffenheit meiner Stimme wird heute nicht so sein wie an dem Tag hier. Also an dem Tag hier. Ich need this, not this. Kann das sein, dass der, die Festplatte nicht so ganz, äh, nicht wahr? Und weißt du noch, wie's früher war? Ja, klar. Das sollte gepitchten heißen, der Worti. Wort ist Mord. Aber Jesus ist ja jetzt auch nicht alt oder so, ne? Diese Lied, das Riff, äh, das muss noch weniger aggro. Weil stell dir mal vor, die ganze Suppe wird halt aufgedritten. Und deswegen nehm ich jetzt Percussion auf. Das war ein Song namens Missverständnis von einem Album namens das Album Danach, was am 2. Hälften diesen Jahres überall im Internet erscheinen wird. Leider noch nicht als CD, dafür fehlen wir um die 500 Euro. Zusätzlich zu den 380 Euro, die mir eh in dieser Excel-Tabelle namens Musikerhaushalt fehlen. Das nur am Rande, falls nachher im Hut rumgeht. Vielleicht, noch haben, glaubst, gleich der Freik, müssen kann, ja... Hallo! Drei Tage später. Das war ein Witz! Ah, okay, danke. Tschüss! Tschüss!